Lichtkörperprozess Der Lichtkörperprozess ist ein Prozess, wo die höheren Energiekörper aufgeladen mit Licht, werden mit Licht und wie man sich selbst zu einem Träger von Licht macht. Der Mensch hat typischerweise, oder hat drei Körper und fünf Hüllen, oder man kann sie auch in sechs oder sieben einteilen. Wir haben den physischen Körper, wir haben den astral Körper und den kausal Körper, für eine gewisse Weise ist der astral Körper schon gleich ein Lichtkörper. Denn der Sanskrit-Ausdruck für astral Körper ist nicht nur Sukshma-Sharira, Feinstoffkörper, sondern eben auch Linga-Sharira und Linga heißt strahlend und leuchtend. Für eine gewisse Weise ist der astral Körper der Lichtkörper. Astra hat ja auch etwas mit Strahlen und Leuchten und eben mit Sternen zu tun. Aber unter dem Lichtkörperprozess versteht man, dass man sich öffnet für Energien höherer Schwingungsebenen. Man will den physischen und den astral Körper aufladen mit Licht und man will selbst Licht in die Welt hineinbringen und man will selbst mehr das göttliche Licht erfahren. Was kann man tun für diesen Lichtkörperprozess? Man könnte sagen, der ganzheitliche Yoga ist auch ein Lichtkörperprozess. Zunächst gilt es, auf der physischen Ebene zu arbeiten. Die Ernährung sollte sattweg sein. Damit der Lichtkörperprozess funktioniert, muss man das machen, muss man das vermeiden, was die physische Schwingung senkt und was auf der physischen Ebene runterzieht. Man sollte also Vegetarier sein, noch besser Veganer und damit nicht am Leid von Tieren teilhaben und mindestens kein Tierleid erzeugen. Man sollte auf alkoholische Getränke verzichten, man sollte auf Rauchen und Tabak verzichten, bewusstseinsverändernde Drogen und so kann man ein reines und auch starkes Instrument werden für Lichtenergie. Dann gilt es, die Nadis, die Energiekanäle zu öffnen und die Chakras zu öffnen. Und hierzu dienen natürlich auch Asanas und Pranayama, Tiefenentspannung und Meditation, ebenso wie Mantra singen. All das hilft, dass der Astralkörper sich öffnet für höhere Energien und dass die Energien fließen können. Der nächste Schritt wäre dann auch, sein Bewusstsein auszudehnen. Ich nenne es auch gern die doppelte Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen und zum Kosmos bzw. zu alle Lebewesen. Wenn du dich ganz öffnest nach oben, dann kann göttliches Licht in dich hineinfließen. Und wenn du dabei Gedanken von Licht und von Liebe in alle Richtungen schickst, dann kann dieses Licht weiter in alle Richtungen fließen. Und wenn du so zum Instrument wirst, dann unterläufst du einen Lichtkörperprozess. Ein gewisser Vorsatz gehört auch dazu. Du kannst sagen, mein Leben sei gewidmet der Erfahrung des Göttlichen. Mein Leben sei gewidmet Gutes zu tun in dieser Welt. Mein Leben sei gewidmet der Lichterfahrung und das Licht durch mich hindurch fließen möge. Und wenn du das als Entschluss fasst, musst du es auch weiter umsetzen. Und danach kannst du darauf bauen, dass auch kosmische Kräfte, Lichtwesen an dir arbeiten werden. In diesem Lichtkörperprozess gehst du auch durch verschiedene Höhen und Tiefen. Du gehst durch verschiedene Emotionen und durch verschiedene Herausforderungen. Wenn in dir Blockaden stehen, müssen die Blockaden aufgelöst werden. Und du wirst auch öfters in Versuchungen geführt werden. Und es wird scheinbar Chancen geben, die dich davon abhalten werden. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Es gilt aufmerksam zu sein und es gilt immer wieder konsequent zu sein. Ein Lichtarbeiter werden zu wollen, auf dieser Erde und den Lichtkörperprozess zu durchlaufen, ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares, etwas Erfüllendes. Aber es ist auch ein fester Entschluss und es gilt auch, dabei zu bleiben. Ich möchte dich in jedem Fall ermutigen, den Lichtkörperprozess in diesem Sinne zu durchlaufen, durch ein gesundes, ein spirituelles Leben, durch Öffnen zum Gattlichen und durch den tiefen Wunsch, Gutes zu bewirken in dieser Welt.